so Leute herzlich willkommen zurück zu Subnautica wir müssen ganz schnell was essen sonst ja hier erstmal gehören so schnell im Wetter okay jetzt äh äh essen ah ja bringt voll viel hier habt ihr es gesehen was gibt es da ja hier ähm Kerbischwisch wir haben bisschen essen gehen wir auf Goldsuche ähm weil das bringt alles hier ohne Gold nicht wir kommen ohne Gold nicht wirklich weiter das heißt wir müssen wirklich intensiv nach äh Gold suchen so was bringt der so schönes auch alles bloß ja dann machen wir eben den Blasen frisch nochmal dann haben wir genug so Water ist da sehr schön so leben können wir nicht jetzt gehen wir weiter und ja ähm gehen wir ein bisschen tiefer wo waren wir bis dato nicht wir sind da ne also bei O-O-O-Olex danke wir wollten ja ich glaub zu den äh Stangen da diese grünen bisschen runter so ey das ist ein Blasenfisch genug Blasenfische ja haben wir schon oder Blasenfisch haben wir Blasenfisch ja hatten wir schon so wie alles mitnehmen an Fische weil äh äh das ist sehr schön weil ihr habt ihr selber gesehen wie wie sowas bringen kann am besten Blasenfisch weil äh 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 scannt oh nein ich bin tot nein ich war am Scan mhm danke du du bist gestorben ey ok war doch nicht so klug oder war da falsch oder war nicht klug oder ok mhm wo hat er jetzt toll aber Wasser ist Feuer und Essen hat sich nicht aufgeladen warum hä wenn man stirbt hat man kein Durst mehr ok ach da 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 wollten wir ein bisschen in die Tiefe tauchen wo oder haben wir schon ne oder ne oder sind wir da tief getaucht aber woanders muss auf jeden Fall ein bisschen gucken hm gold 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 strahlung cool ja wie weit geht die strahlung denn hä ich schwimm doch weg was willst du von mir strahlung wie weit ist das denn verstrahlt bis hier her ok rechts unten verstrahlt denk ich eher nicht ähm da was wieso wie stark ist die denn mir egal jetzt ich schnuppe bis ich gold hab ich schnuppe ich glaub das tut uns nicht gut ja ja wir wollen gold mir ist das Salz verkommen das ist Salz verkommen ähm ok suchen wir mal intensiv nach gold ne egal tief was die strahlung sagt oder nicht oh nein hey meine Freunde hä gibt's denn bitte gold wo soll das geben ok ich bin gleich irgendwie tot ja ich tu's doch ok warum bin ich hä warum bin ich denn jetzt gestorben weswegen ich hm wahrscheinlich ok gehen wir wieder da hin ich glaub da waren auch diese komischen Inselquallen oder wie die heißen diese also ganz ganz weit weg mal und der tauchen wir da mal ab ich würd sagen minimal 500 oder so so oder wir tauchen da mal ab wir sehen was wir da hier schönes finden hallo hat jemand gold ich brauch gold ey 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 quats ne oder wird das das ja quats quats ja das ist gut ja zerbrechen doch was titan ok ey 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 was ist das denn für einer äh bitte bleib stehen ich muss nicht scannen danke und mit mir ok bisschen gefährlich kann das hier sein aber was ja vielleicht bitte gold 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 das hat sich gelohnt äh axis willst du das mal ich glaub der ist zu dumm hallo danke ne der aktiviert das nicht oder wir haben gold ey nach 100 jahres suchen und jetzt freu ich mich total ja ich freu mich weil wir gold gefunden haben ey wir können vielleicht anfangen die endlich meine base zu bauen hey ja bisschen strukturiert muss das sein glaube ich es kann auch sein dass da Löcher einstehen und alles jetzt ich muss mal irgendwie gucken dass ich vielleicht nicht zu überdrehen baue wie immer äh weil egal was ich baue ich hab irgendwie so ne kleine planung im kopf und dann ist doch alles viel zu viel und nein 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 äh computerschöp wir haben gold einfach wir haben aber fucking gold gefunden ähm persönlich und damit können wir endlich bauen ja ich glaub ich hab mich noch nie so früh über irgendwas gefragt äh okay wir probieren mal was bringt denn der so tolles der reitfisch 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 da 23 3 ja ziemlich gut okay wie wie mach ich das jetzt selbst scan nein nee ich will doch kann ich den jetzt denn erstmal hier ein bisschen sortieren erstmal will ich ich frag mich grad wo sind meine kisten warte mal lol das ist doch nicht wahr das ist doch nicht wahr nimm das nein du lass die nehmen Inventar voll ja ich ich nein ich werde die Haar ich kann die nicht aufnehmen ja solange die da dran schwimmen ist alles gut da runter schwimmen lol okay äh ich wollte jetzt eh sowas machen vielleicht so ein Lager bauen mit den Kisten äh da Scanner mach ich mal hier so da nee nee der Blasfisch kann Scanner nee den hab ich jetzt ne da aber da ist er da so und so dann nehm ich den mal in der Hand okay wie mach ich das jetzt aha okay ich weiß nicht ob ich das jetzt bisschen rohr denn das oder direkt das mache ob ich mit dem S mache was mach ich doch warte mal also ich nehm das sag ich jetzt mal das aber was mach ich denn jetzt ah achso nee dann nehm ich glaube ich erst mal ne Platte hm da erst mal im Grundgerüst ich würd mal sagen vielleicht nicht dass es auf Boden schwebt äh äh Maus runter wie wie schön dass es ah achso aber mach ich das hier ja komm das ist sofort da das heißt ich mach das mal hier äh äh ja egal so ja sehr schön brauche ich noch einmal Titan ne okay jetzt brauche ich Wände Wand Wände warte mal warum bin ich rein gibt's hier Bestärkung erhöht Hüllenstärke ich brauche erstmal irgendwie ne Platte ist das wie das aber wenn ich hier zum Beispiel wir machen erstmal kurz ein Grundgerüst so wenn ich jetzt so mache und so wie ne ne also drehen kann man den nicht was schaut dann die Kamera auf ne da ist nichts kann man das irgendwie drehen ich will ja ne Wand so machen wir das und machen das oh das müsste ja ne wieso kann ich keine Wand machen Fenster Luke senkrechtes Verbindungsstück hä oh hintere das Schild Glas Titan Schrank ah das Wand spinnt das ist doch cool dann bauen wir ja aber bin ich so blöd das zu drehen oder was ist hier los ich muss erstmal kurz so tauchen da habe ich noch nichts hä äh 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 das geht ja nicht äh das ist groß genug so ne cool hm okay nun bei zwölf kann man nicht ja aber muss ich jetzt Teile suchen damit ich die Wand machen kann so das ist ja ne Verstärkung Luftpumpe Solar um um energie zu gewinnen ah ja das wär schön wenn ich irgendwie Dings bauen könnte. Sonst gucke ich mir das alles später an. Äh. Aber irgendwie muss man das drehen können, oder nicht? Okay, hä? Mausrad? Gar nichts. Oder eindrücken? Stand da nicht irgendwas mit Mausrad? Du kannst mich doch nicht verarschen. Soll ich noch eins bauen? Ne, ne. Ich glaube. Ah. Irgendwie muss man das drehen können, oder? Ne. Also, irgendwie bin ich so blöd zum Bau. Ja, muss ich die Folge halt gucken und gucken, was da an Anfang stand. Ach, stand da nicht irgendwas mit Mausrad? Vielleicht so? Ne. Ja, das braucht Energie, okay. Also, wenn ich links klick macht, twiggert der da. Will ich ja nicht. Okay. Jetzt, ich brauch sowieso ne Luke. Würde ich gern irgendwie... Aber, hä? Ja, muss ich den Anfang gucken. Denk... Muss ich... Genau. Da. Äh. Wo sind meine Kisten? Hallo? Ach, nö, oder? Hä? Sind sie jetzt nicht weg, oder? Wo sind sie jetzt wieder drin? Nö, meine... Meine Kisten sind weg? Ach, nö. Nö. Danke, Buck. Ach, nö. Okay. Okay. Das ist jetzt blöd gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt... Hab ich sie weit weggebaut? Denk ich heute... Oh, es ist weiter geschwommen. Hä? Nö. Irrelevant. Okay. Okay. Das heißt... Wie... Also... Ich hab hier mal was gescannt. Da hab ich ja so ein Teil, glaube ich, bekommen. Okay. Mal sehen, was wir... Irgendwie so cool ist. So viel... Cirkel. Äh... Basis. Ja, aber... Kann ich das irgendwie drehen, oder so? Das ist sehr... Leiter. Auf jeden Fall sehr viel Titan. Sowas ist geil. Titan. Baue ich das da später ein. Ja, am Anfang, ne? Direkt so, wenn man reinkommt. Äh... Aquarium auch geil. Ich muss irgendwie an das Glas kommen. Ein Aquarium wäre auch nice. Den Fisch einmal so. Ach so, der Heder... Ne, das wäre zu viel. Jeder Fisch ein Aquarium. Da mach ich irgendwie so... Mal gucken, wie ich das mach. Äh, Schrank. Schlicht, den du lagern musst. Aber das doch auch, oder? Vorratsspinnt. Ja, dann könnte ich so auch Spaß machen, damit man merkt, so... Hier vielleicht die... Titan und so, damit man weiß... Ah, das ist Titan und so drin. Geht ja auch nicht. Ne. Und dann hier einfach... Ah, Fische kann man da drin lagern? Weiß nicht. Weiß jetzt auch nicht, wo der Unterschied ist. Ob der größer ist, oder der kleiner. Können wir alles... Gucken, hätte ich... Aber... Glas. Ich guck... Äh... Warum geht das nicht weg? Okay. Ich hol ihm kurz Titan. Ja, guck. Auf einmal ist das... Zieht er dran? Hä? Okay. Meine Kisten sind da, aber trotzdem weg. Ja. Ich hol ihm Titan und was? Würde ich sagen. Also... Ja, 17 Minuten dann. Titan findet man überall. Ob wir jetzt einen Metallschrott finden. Mit am schnellsten. Wie viele sind davon da? Ach, da sind meine Kisten. Siehste? Da bei der Base ungefähr. Okay. Warum Metallschrott? Das ist ein Metallschrott. Bitte sein Metallschrott. Metallschrott. So, wie... Das Baum war eben rum in... Äh... Titan und dann... War's das. Für heute. So. Schnell da rein. Und dann Teil gespeichert. So wie... Oh, der eine kriegt den... Äh... Titan wollte ich umbauen. Äh... Wollte ich haben. So. So wie... Machen wir Titan. Milikon. Glas. Ah. Quarz. Ja, komm. Dann... Guck mal. Äh... Kann ich... Ja, ich weiß. Ah, okay. Dann... Können wir einmal das und das machen. Aber erstmal will ich gucken, wie man Wände macht. Oder ich bin... Dings noch einscannen muss. Irgendwie sowas. Weil... Ich hab ja auch mal was gescannt. Und dann hab ich so ein... Baudingsplan bekommen. Irrelevant. Ich freu... Äh... Warte. Ich freu... Ja. Damit ihr es so mal seht. Schön, oder? Naja. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann.